So, da sind wir also in der Oberlandstation Äh, waren wir hier nicht schon? Scheint wirklich was zu werden Ja, darum sammle ich den ganzen Mist mal ein hier Nie verkehrt Ach, ich trage schon mal zu viel Weißt du was für mich ein guter Tag ist? Einer der ohne leeren Magen endet Ah ja Kurzwürst Hey Ich höre aufmerksam zu Ja Meine Fresse Was meins ist, ist ihres Merk? Mhm Ich weiß Hier Hilfsmittel Diverses Schrott Hier Kannst du alles mal haben Und dann, äh Müssen wir mal gucken, dass wir hier, äh Noch irgendwas hinbauen So einen Roboter könnte ich gebrauchen Was ist denn hier? Gibt's ja irgendwas? Scheiße Jemand muss mir helfen Jemand muss doch was tun Was? Was denn? Hier ist doch nix Was helfen? Ich muss mal wieder nach Diamond City Die größte Stadt, die ich je gesehen habe Handeln wir Na klar doch Handeln? Nein, brauche ich nicht Brauche ich nicht handeln Ich muss euch irgendwie ein bisschen Schutz dahin bauen Da hinten ist jemand Hilfe Was ist denn da los? Oh je Oh je Oh Au Du Ach du Scheiße Ey, man kann nicht mehr da Ja Ah Ah Was ist da gerade fest? Nein Nein Humans Ah Tieren Aua abgeschlossen hilfe bei der verteidigung ja muss ich mal eben kurz ein stimp pack nehmen und eine red away so nehmen wir eben leerräumen Abraxoputzmittel extra stark so hier Fusionszelle hier liegt auch noch einer rum mitnehmen hier liegt auch noch einer rum so dann würde ich sagen gucken wir mal ob wir irgendwie so eine hallo Strukturen so hier verteidigung zahnrad und schaltkreise habe ich beides nicht kurz hörst du noch bei vielen dank für deine hilfe doch mal hier hallo aufgepasst brauchen sie etwas mehr ja ich brauchte einen Schrott hier mein hart und gut nukleares material ich brauche zahnräder nichts mit zahnrädern dabei ja schaltkreise gummi, stahl, stoff öl da zahnräder öl schaltkreise so vermissen sie die gute alte zeit natürlich so jetzt können wir nämlich einen bauen würde ich sagen pflanzen wir immer so ein ding hin so wer weiß wie sonst noch herkommen die viecher ich würde sagen hier bauen wir auch noch eine hin oh wieder kein zahnrad ok äh nein wie sieht das jetzt hier aus daten werkstätten noch mehr schutz dafür brauche ich dann aber noch mehr von diesen dingens äh wo ist hier susi noch ein bisschen mehr zeugs süden norden könnt ja nicht mal hingehen hier so ein bisschen schrott einlagern kurz was aufgepasst ich brauche mal ein schrott 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 gib mir doch mal alles alles äh irgendwie nicht rennen aber zumindest kann ich hingehen und dann hier schon mal äh den mister einlagern bei denen und dann muss ich mal gucken wo ich noch ein zahnrad herkriege danke dass du mir geholfen hast ja immer doch gucken ob ich zu essen machen kann wahrscheinlich nicht mein glück ja kennen so hier transfer da ist sogar schon mal drin schrott so hier erkennungsmarken lassen wir mal küchenwaage auch keine zahnräder so alles mal da reinschmeißen außer noch vorkriegsgeld bringt nämlich gut kohle immer noch kein zahnrad ok dann würde ich sagen ach du bist gerade ja ist ja gut so karte bienentauernrauerei laufen wir mal in die richtung und genau was zu essen wollte ich ja mal gucken wenn wir irgendwas haben alle abhängigkeiten heilen ah da ist adictol für so mal ein stück wasser militärfrequenz signal gefunden ja das weiß ich immer leckeren hirnpilz nehmen wir auch mit noch ein einigermaßen recht gut erhaltenes auto so was haben wir hier denn noch hier war ich auch noch gar nicht drin oh wie aufregend all das doch ist mhm sehr aufregend hier ein container auf oder so nee aber kommt man denn hier in die brauerei rein ist ja die brauerei weiß ich gar nicht da kommen wir nicht rein abgeschlossen da komme ich nicht rein da ist verbessert das heißt wenn ich mal wieder ein update habe also wenn ich mal ein bisschen was in den rang hoch bin sollte ich vielleicht auch mal machen tja das sieht mir noch nicht so ganz gut aus ich glaube da muss ich mal in die andere richtung laufen ich brauche zahnräder suchen wir mal ein paar zahnräder aber die brauchen eben noch ein wenig mehr schutz wobei nach süden muss man nicht unbedingt gehen hat ja ein bisschen gefährlicher sein soll hier noch irgendwas drin gucke ich gar nicht auf ne da ist nix ist auch leer wahrscheinlich schon geplündert worden so was haben wir hier denn messing ab der ne so was haben wir hier noch drin ich glaube hier war ich auch schon mal war ich ja nicht mal mit dem hund so bekannt aus natürlich oh wer seid ihr denn ein ritter der bruderschaft so da müssen wir jetzt gerade nicht hin gehen wir mal hier weiter gucken mal sehen was es hier noch gibt ich glaube hier war ich auch schon drin ja hier war ich meine ich schon drin so was haben wir da noch da ist wasser da ist eine brücke bin ich da schon gewesen ich weiß es nicht ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter ich gehe jetzt mal hier noch 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 mal hier Oh! Oh, Wut! 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 Äh... ja wenn er jetzt hier jetzt von frotten roboter und abgenutzte so was haben wir hier noch da jetzt eine alte brücke und kaputte hier liegen nach frotter autos um frischen hirnpilz aber hier ist er aber auch mit kommen kurz sie nicht lange aufhalten was hat denn da für eine fabrik dahinten steht auch noch irgendeiner rum was ist das denn sollen wir da mal hin kommen wir denn da hin hier runter kommt mal runter ja gehen wir mal hier hin ist das ein guter oder so ein feind sieht man ja nicht das war am feind da konnte ja nichts was hat er denn somit eine impro pistole leichte kleidung nichts besonderes oh ein hund ey nicht weg rennen wo ist er hin da ist er hingefallen der sack sack kaputze mit riemen gut zeugs kann man bestimmt auch wieder verwerten impro repetierpistole metallrüstung rechtes bein nehmen wir mal mit ein sofa whisky ja siehst du das nicht wer gibt hier nicht so langweilig so langweilig hat ja nichts ja mach ich jetzt gehen wir mal in die richtung wir kommen auf die brücke auch da irgendwie hoch wer weiß das schon müssen wir mal gucken sieht man nicht so aus wenn man da hochkommt wasser was ist denn da hinten komm kurz sie wir gehen mal hier rum sonst mal hier drüber her schwimmen ah da kakis ich fühle mich ja sogar weg was hat denn hier schläger ach so er hat da lederkombi ja so ein point ich weiß nicht unbedingt haben muss ha-klammer schmutzige postboten mütze ein schlafsack psycho kurz kampf flinte hört man den schon ja schon was ist das denn westing anwesen hinten ist ein mauerlöck könnte man eigentlich auch mal platt machen mit den gebacken krieg sollte eigentlich abblumen anwesen ja was davon noch über ist könnte man sagen so ein signierter fanghandschuh nehmen wir mit so ein fanghandschuh bin ich mit überladen oder was froschschutzmittel leere farbdose benzinkanister wo ist mein roboter da hier aufgepasst nimm meinen schrott werden wir noch brauchen für die kleine siedlung da klebeband da noch einer er hat mal eben platt gemacht ok so wie kommen wir da denn jetzt hin hoffen wir mal hier durch eh seife nehmen wir mal die seife mit können wir uns zwischendurch mal waschen ein save ja kurz die macht mir schon platt was haben wir denn hier einsteiger das war nicht gut noch ein signierter ein signierter baseball schön da liegt auch noch was baseball handschuhe baseball militäruniform ich bin schon wieder zu schwer kurzwörst was rennt der da unten rum will ich jetzt da runter kommen oder was in den dreck muss da hinten auch noch hin ja super aufgepasst kann ich zu diensten sein ja du kannst meinen scheiß mal wieder nehmen hier bin ich wieder voll schrott äh ich hab doch kaum was ach hier ich hab irgendwelche waffen doppelt automatikpistole kannst auch mal nehmen brauche ich nicht springmesser wieso bin ich denn so voll was habe ich denn jetzt wieder mitgenommen ach so hier ja richtig sauber gestreifter anzug sauberes jeanskleid schmalzes lockenperücke t-shirt und hose hundehalsband darum so wie komme ich denn da hoch hänge ich auch noch fest hier hier mal die treppe und da muss ich nämlich hier einmal rum so hier haben wir auch noch was signierte baseball karte nehmen wir natürlich auch noch mit sind noch ein paar eier glaube ich mülleimer nehmen wir auch mal mit wo waren die jetzt da hier ist klar wir haben ja hier haben wir ja schlüpfling die nehmen wir mal da kannst du bestimmt eine schöne links von machen so weg hier sind noch mehr die bringen ja gar nix hier hat kurz hier noch kaputt gemacht noch gar nicht eingesammelt gut dann kommen wir hier wieder weg so eine habblume so wo mich eigentlich gekommen bin ich von da gekommen natürlich ja man die richtung ich traute hat ja noch was aber hier ist auch nix nichts zu holen was da dir pflanzen nehmen wir auch mit da eigentlich wieder dunkel wo sieht man denn überhaupt diamond city könnte mal ein bisschen östlich laufen eigentlich was haben wir da denn habblume gehen wir mit wird dann echt schon wieder dunkel jetzt oder was ist doch nicht gerade das tag geworden was hier denn was ist das was oh ja super ey nur mit so einem blöden zaun bin ich eigentlich an so einem blöden zaun hängen geblieben man ja dann gehen wir dann gleich nochmal hin würde ich sagen bin ich und